Gebot Nummer 1 Behandeln Sie grundsätzlich Ihre Gäste mit höchstem Respekt. Ich bin ein ganz großer Verehrer von Ihnen. Vor allen Dingen freue ich mich immer, wenn Sie lachen. Deswegen haben wir nämlich den Roberto engagiert, dass der immer Blödsinn macht, damit Sie möglichst oft lachen können. Pass auf. Ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in den Busch.